Mein Herz Wärts vor Breit so nahe stand als wie ein Kind Wann ich viel Acker und die Burgmusik drin bin Wächst jetzt der Roll Cycling Team, auch heuer wieder exklusiv für alle Radsportfans der Blick hinter die Kulissen beim größten Radsport-Event des Landes der Roll Cycling Team für euch vor Ort, viel Spaß beim Schauen Ich glaube, wir werden ein paar Mal richtig aufzeigen so richtig, so dass ich sage, nachher, dass du mit der Ganselhaut nach der Etappe am Waschen stehst, weil es so kalt ist Erste Etappe Mannschaftszeitfahren, Prolog, Mannschaftsprolog muss man schon sagen haben wir erfolgreich abgeschlossen mit Betonung auf abgeschlossen Ich war ein bisschen hektisch, ein bisschen chaotisch ein bisschen viel Eisenbahnschienen am Ring Heute war die erste Etappe der Österreich-Rundfahrt sehr langes Teilstück, über 200 Kilometer Ich war in der Spitzengruppe vertreten Ich hätte versucht, mir das Bergtrikot zu sichern Habe aber dann auf die falschen Leute gesetzt, muss ich ehrlich sagen Der Daniel Lehner war richtig stark, hat sich heute verdient Es war dann im Finale so, dass ich probiert habe, vielleicht noch auf Etappenerfolg Aber meine Mitkontrahenten haben dann am Weg schon zu viele Körner liegen gelassen Jetzt war ich am letzten Anstieg ziemlich allein unterwegs Es hat gleich bis zu 15 Kilometer gemacht, dann war bei mir der Ofer auch raus Aber da war einfach das Timing ein bisschen schlecht Wir hätten ein bisschen früher in der Gruppe intern schon anfangen müssen, dass wir auf die Tube drücken dass sich das noch ausgeht Theoretisch, rechnerisch, weiß ich nicht noch ausgegangen Wir haben bei rund 25 Kilometern noch 3 Minuten Vorsprung gehabt Es war halt nur Abjagd dazwischen, aber ja Morgen neue Etappe, neues Spiel, neues Glück Es wird sicher wieder ein harter Tag, aber ich freue mich schon Musik Come here, Fish.